Montag ist Wohntag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur Höffi Show. Ich bin Claudia und wenn Sie zu Hause genauso eine schöne Couch haben wie ich und Ihnen fehlt das kuschelige Kissen dazu, habe ich jetzt gute Nachrichten, denn wir präsentieren Ihnen heute die Kissenserie Fiona. Herzlich willkommen Nico, unser Wohnexperte. Schön, dass du da bist. Hallo Claudia, herzlich willkommen zur Höffi Kissenschlacht. Ja, die machen wir nachher auch noch. Ich habe das Kissen hier auf meinem Schoß und kuschle ein bisschen damit. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über die Reihe Fiona erzählen? Ja, die Reihe Fiona besteht im Prinzip aus vier verschiedenen Typen von Kissen, die wir haben. Also das fängt an von den ganz einfachen Kissen in verschiedenen Farben. Da gibt es bis zu sechs Farben. Also was man hier sieht, Mint, Rosé, Graufarben, Taube, Creme. Und dann haben wir dasselbe auch noch mal für die Latein Aficionados mit ETC-Aufdruck. Genau, ich zeige das mal unseren Zuschauern. Wir haben nämlich hier noch eine Kamera. Hier ist der ETC-Aufdruck. So schaut er aus. Ja? Eine weitere Variante wäre dann das Rundkissen. Gut auch für den Boden zu benutzen. Also wenn man Gäste auf dem Boden hat, auf dem Boden. Ja, ab und zu hat man vielleicht noch Gäste auf dem Boden. Genau. Also wenn man die Gäste einfach auf dem Boden platzen nehmen lassen möchte, dann hat man dieses Rundkissen. Oder noch besser geeignet, dafür ist dann das Boxkissen, also die etwas stabilere Variante. Ich nehme das gerade mal hoch und zeige das unseren Zuschauern. Oh ja, das ist wirklich, die Füllung ist auch ganz anders. Es ist sehr stabil, sehr fest und auch ein bisschen dicker. Und man kann das Kissen tragen. Und was mir dabei in den Sinn kommt, ich habe so einen kleinen Balkon zu Hause mit so zwei, drei Stühlen, aber ja, auch einige Freunde, die mich dann besuchen zum Glas Wein. Wenn ich jetzt mir da mal mehr Freunde zu Hause habe, als Stühle vorhanden, kann ich dann das Kissen mit rausnehmen und kann ich das auf den Boden legen zum Hinsetzen und das ist dafür nicht geeignet. Doch, das geht tatsächlich, also gerade mit dem Boxkissen geht das sehr gut. Das ist zwar Baumwolle, das ist ja eigentlich auch sehr gut, dass es Baumwolle ist, aber das ist stabil, ist gut waschbar. Man kann hier dieses Kissen auch komplett in die Waschmaschine stecken. Bei anderen Kissen aus der Serie gibt es hier auch einen Reißverschluss. Dann nimmt man die Füllung raus, packt einfach nur den Bezug bei 30 Grad in die Waschmaschine und alles ist wieder sauber. Wie immer bei Höfner können Sie die Kissenserie Fiona natürlich auch ganz einfach kaufen. Das geht online stationär oder Sie rufen einfach bei der Hotline an. Das ist also ganz easy. So Nico, jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Was kosten denn die Kissen? Das ist sehr einfach zu merken. Dieses Kissen kostet 14 Euro, dieses Kissen kostet 14 Euro, dieses Kissen kostet 14 Euro. Ziemlich einfach. Das heißt, eigentlich alle 14 Euro bis auf das Boxkissen, das kostet sogar nur 10. Okay, also liebe Zuschauer, dieses Kissen kostet nur 10 Euro und ich kann Ihnen sagen, davon würde ich mir erst mal vier Stück mit nach Hause nehmen. Was ganz speziell ist, ist dieser Used Look einfach stonewashed tatsächlich auch in diesem Verfahren hergestellt. Das heißt, mit Steinen in eine Trommel gegeben. Dazu noch diese ausgefranste Kante. Das hat halt diesen Jeans inspirierten, rustikaleren Look. Also gerade eben für solche Sachen, wenn man so eine Party hat, Leute sich mal darauf setzen sollen einfach. Das ist super geeignet. Prima. Liebe Zuschauer, dann geben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, sich die Kissen noch etwas genauer anzuschauen. Ja, das war heute unsere Produktvorstellung von der Kissen-Serie Fiona. Wie Sie sehen, es gibt ganz viele tolle Farben, Grautöne, Turbtöne, Rosé, Mint, also alles wirklich, was das Herz begehrt. Wir haben einen tollen Print, den ETC-Print, beziehungsweise es ist kein richtiger Print, das ist ein Sticker, also ein 3D-Sticker, der hier drauf ist auf den Kissen. Wir haben einen fantastischen Preis. Ja. Habe ich mir sogar gemerkt. 14 Euro kosten die Kissen. Sehr gut. 10 Euro kostet das Boxkissen, was Sie auch prima als Bodenkissen nehmen können oder für den Balkon. Es ist nicht unbedingt draußen zu lassen, die ganze Zeit, wenn es regnet. Aber wenn Sie draußen mal eine Party haben und wollen Sie es als Deko hinlegen oder man kann sich natürlich auch drauf hinsetzen, dann passt das ganz prima. Stone-Wash-Verfahren und für viele Zuschauer vielleicht auch ganz wichtig, es ist vegan. Das heißt, wir haben keine Federfüllung, sondern es ist alles, was für ein Inhaltsstoff? Polyester. Polyester. Und was auch ganz prima und easy ist, man kann die Kissen einfach so in die Waschmaschine reinstecken, komplett, also so wie es ist? Kann man komplett reinstecken, man kann aber auch einfach nur den Bezug nehmen, da ist ein Reißverschluss an der Rückseite. Prima. So, dann würde ich sagen, Sie besuchen jetzt unsere Webseite oder rufen bei der Hotline an oder kommen Sie doch einfach vorbei und lassen sich ganz nett beraten. Ja, das war heute die Produktvorstellung in der Kissenserie Fiona. Montag ist Montag und ich freue mich auf die nächste Woche, wo es wieder tolle neue Produkte gibt. Und wissen Sie, was man mit dem Kissen noch machen kann? Eine Kissenschlacht. Höhいきenschlacht. Höh da. Komm her. Hey. 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 Ja, ja!